Ich bin Andrea Schwarz. Ich bin Hebamme seit 2004 und habe als erstes im Spital gearbeitet, Vorarlberg, und nach fünf Jahren im Spitalsbetrieb habe ich ein bisschen das Gefühl gehabt, oder habe ich schon einiges gesehen und habe mir gedacht, da könnte ich schon ein bisschen mehr dinner sein für Hebamme, mit Tätigkeit, was meine Verantwortung betrifft und meine Aufgaben und habe mich eigentlich vom Spital erst mal kurz verabschiedet und bin dann eigentlich bald mal drauf gekommen, dass ich gerne mal Ärzte ohne Grenzen ausprobieren möchte, weil ich mir unter der Organisation vorstelle habe, dass ich da als Hebamme so richtig so Hands-On, so Hebammenarbeit machen kann. Und das noch in einem Kontext, wo ich es sehr sinnvoll und wichtig empfinde in Ländern, wo Menschen nicht den Luxus haben, in ein Krankenhaus zu gehen und eine sichere Geburt zu haben. Und ja, haben mir gedacht, da kann ich viel lernen und wahrscheinlich auch viel gern war. Natürlich bin ich in Ländern gewesen wie Südsudan, Afghanistan, Libanon oder Kenia, wo halt starke Krisengebiete waren oder total im Bus stehen, wo man einfach keine Ressourcen gehabt hat. Das heißt, medizinisch hatten wir keine technischen Geräte gehabt. Wir hatten oftmals keine OP gehabt. Wir hatten mit den einfachsten Methoden einfach Geburtshilfe leisten müssen und eigentlich so ziemlich reduziert arbeiten müssen und uns auf unser Handwerk, Hebammenhandwerk wirklich konzentrieren müssen und auf das vertrauen müssen. Was natürlich noch zusätzlich schwierig war, ist die sprachliche Barriere. Weil das sind ja oft Länder, wo nicht Englisch gesprochen wird und nicht nur Französisch, sondern Arabisch oder irgendwelche arabischen Dialekte und oder südsudanesische Dialekte und so. Und da haben wir halt immer mit Übersetzung arbeiten müssen und das macht es natürlich noch schwerer, um die Informationen zu bekommen, die ich als Hebamme brauche, um die Frau noch richtig behandeln und diagnostizieren. Und ja, das war schon herausfordernd. Gleichzeitig war es auch sehr lehrreich, weil ich als Hebamme das erste Mal mich von dieser Sicherheit entfernen haben müssen. Die Sicherheit, die wir da haben, mit den ganzen Geräten, Ultraschall und wo man sich gegenüber kann, wo der Arzt neben mir ist und mich unterstützt oder mich sieht, was ich machen muss. Und wo ich weiß, wenn es brennt, dann ist ein ganzes Team da, wo unterstützt und im Nachfall einfach da ist. Und dort bin ich es einfach alleine gewesen. Gott sei Dank kann ich mir, glaube ich, gar nicht so wirklich viel darunter vorstellen können oder nicht gemacht, weil die Arbeit, also es ist sehr schwierig für mich eigentlich auch zu sagen, das vorstellen, was da auf mich zukommt, weil es so anders ist und weil auch jede Kultur so anders ist und mit den Locals, wo ich zusammengearbeitet habe, die auch manche als Hebamme ausgebildet worden sind oder waren, die meisten sehr schlecht einfach nur, die haben halt auch eine Art von Geburtshilfe geleistet, die nicht das Richtige oft war. Und das war halt schon eine Herausforderung, zum mit ihren Zusammenarbeit oder ihnen beibringen, wie sie es anders machen sollen und sie halt trainieren und schulen in oft einfachen Sachen. Und viele von denen haben da gar nicht lesen und schreiben können, was dann halt der Lernfaktor noch schwieriger macht. Und ja, und komplizierte Geburten, also wenn ich einfach medizinisch denke, das ist, das habe ich in meinem Krankenhaus, in meinem Krankenhaus Erfahrung gar nicht, so neu bin ich gar nicht gekommen, an so massive Komplikationen, die nicht einmal lösen müssen. Man muss natürlich immer vorsichtig sein, weil die verschiedenen Kulturen halt auch verschiedene Herausforderungen mit sich bringen. Wie zum Beispiel Afghanistan ist natürlich sehr männerdominierend und da habe ich natürlich mit meiner Geburtshilfe, also mit der Arbeit als Hebamme, eher eine einfache Möglichkeit gehabt, in der Community zu helfen, weil das der Frau natürlich geholfen hat. Aber natürlich muss es alles über den Mann gehen und wenn die Männer das nicht akzeptieren, was wir machen, dann hätten wir da gar keine Chance, die Klinik dort zu öffnen und etwas Gutes zu tun. Aber Gott sei Dank ist ja die Geburtshilfe sehr geschätzt dort und sind immer sehr befürwortet worden und unterstützt von der ganzen Community. Und so war es denn in anderen Ländern, zum Beispiel im Südsudan, war es am Anfang die Herausforderung, dass sie eigentlich uns gar nicht so kennt haben. Es waren so richtig Flüchtlinge, die einfach mit weißen Leuten fast nie was zu tun gehabt haben. Und da hast du gemerkt, dass sie am Anfang das Vertrauen gar nicht gehabt in uns. Weil die ihnen einfach hier ein System kennt mit ihren traditionellen Geburtshelfern und die haben sich sehr schwer da am Anfang uns wissen, uns westlichen wissen, zum Vertrauen ins Spital kommen und bei uns zum Einbinder. Mein erster Einsatz war in Afghanistan, da bin ich mit gemischten Gefühlen zurückgekommen. Es war nicht alles gut, war sehr schwierig auch für mich, weil einfach diese Umstellung oder diese Erwartung, die Aufgabe an mich, da habe ich einfach ein bisschen schwer gemacht. Am Anfang habe ich gemerkt, ich habe so viel Verantwortung gehabt, ich habe ein ganzes Team, Schulen leiten, ganze Kreißsaal, neue Aufsätze und ich habe auch Gynäkologinnen, war ich jetzt mal die Chefin von denen. Und dann aber gleichzeitig habe ich mich auf so Prozesse einlassen, medizinische Prozesse, die ich noch nicht gekannt habe. Da war ich einfach nicht geübt und noch nicht ausbilden konnte genug. Und mit dem habe ich es sehr schwer getan und habe gemerkt, während dem Einsatz war es war es für mich schon viel lernen dabei, weil ich habe mir auch lernen müssen, wie man Beckenendlagen entbindet oder wie man Guretagen macht oder also die ganzen geburtshilflichen Notfälle, wie man die alle löst. Und das habe ich selber noch lernen müssen, gleichzeitig habe ich aber das ganze Kreißsaal, die Gürtelhilfestation leiten und bin dann aber zurückgekommen und habe gemerkt, es war sehr interessant, ich habe sehr viel gelernt, aber irgendwie war es doch nicht so gut. Ich glaube, ich muss es nochmal probieren, zu schauen, ob es gut ist oder nicht für mich, ob es passt oder nicht. Und darum bin ich gleich nochmal gegangen. Dann bin ich nochmal gegangen und dann habe ich gesagt, genau, das ist es. Es wird nur noch besser.